Ein Theaterschiff ist ein als Theater genutztes Schiff. Oft handelt es sich um ehemalige Frachtschiffe, wobei überwiegend Binnenschiffe, teilweise aber auch Seeschiffe zum Theaterschiff umgebaut wurden. In Deutschland gibt bzw. gab es mehrere Theaterschiffe. Theaterschiff Berlin Der Kulturkahn Helene in Berlin ist ein ehemaliger Saale-Marskahn, der 1928 im niederländischen Groningen gebaut wurde. Das Schiff ist 51,92 Meter lang und 6,20 Meter breit. Der Tiefgang beträgt 0,39 Meter. Das Schiff gehörte dem Kabelwerk Oberspray, das nach der Wiedervereinigung abgewickelt wurde. Das Schiff wurde verkauft und in Helene umbenannt. Seinen Liegeplatz bekam es im historischen Hafen Berlin, wo es als Veranstaltungsschiff genutzt wird. Der zum Theatersaal umgebaute Ladeaum des Schiffes bietet 88 Personen Platz. Ferner befindet sich hier ein Foyer mit einer kleinen Gastronomie. Das Schiff war von Mai 2011 bis Mai 2013 Theaterspielstätte und wurde für Theater, Kabarett, Comedy und Kleinkunst genutzt. Die einstige Betreiberin des Theaterkahns Berlin meldete Anfang Mai 2013 Insolvenz an. Der Spielbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Zum 1. August 2013 übernahm der Berliner Dichter und Sänger Kapaulke den Theaterkahn Berlin als neue Spielstätte und betreibt ihn als Kulturkahn. Helene im Programm stehen Berliner Kaplitz sowie Makabers und satirisches Volkstheater. Theaterschiff Berlin Beim ehemaligen Theaterschiff Dau handelt es sich um ein 1960 von der VEB Schiffswerft Fürstenberg oder gebautes Schiff, das 1995 in Rostock zum Theaterschiff umgebaut wurde. Das Schiff liegt seit Mitte der 1990er Jahre im Urbahnhafen in Berlin-Kreuzberg. Neben einem Theaterraum, in dem freies internationales Theater gezeigt wurde, gab es unter Deck und auf dem Glas überdachten Sonnendeck eine Gastronomie, durch die sich das Theaterschiff finanzieren sollte. Im Jahr 2000 ging der Betrieb insolvent. Seitdem steht das Schiff leer. Die Bordwände sind mittlerweile mit Graffiti bemalt. Es wurde immer mal wieder vergeblich versucht, das Schiff von seinem Liegeplatz im Urbahnhafen zu entfernen. Im Frühjahr 2012 wurde erneut versucht, das Schiff aus dem Urbahnhafen zu entfernen. Theaterschiff Bremen Beim Theaterschiff in Bremen handelt es sich um das ehemals in Hamburg beheimatete Binnenschiff Rügen. Das Schiff wurde ab August 2001 auf der ehemaligen Hegem-Anwerft in Bremen-Hemelingen umgebaut. Dabei wurden der Laderaum zu zwei Theaterseelen umgestaltet, die insgesamt 282 Zuschauern Platz bieten. Zwischen den beiden Sälen befindet sich ein Foyer mit Garderobe und Bar. An Deck wurde ferner ein durch eine Gastronomie genutzter Glasaufbau errichtet. Gezeigt werden auf dem im Herbst 2002 eröffneten Theaterschiff in erster Linie Eigenproduktionen. Es finden aber auch Gastspiele, Konzerte, wie die regelmäßig stattfindende Reihe Jazz on Board und Lesungen statt. Das Schiff hat seinen ständigen Liegeplatz am Anleger 4 in der Verlängerung der Schlachte direkt bei der Wilhelm-Dem-Kaisen-Brücke, Theaterkern Dresden. Der Theaterkern Dresden ist der ehemalige Elbkern Marion, der zum Theaterschiff umgebaut worden ist. Er wurde am 3. Oktober 1994 eröffnet und beherbergt das 1988 von Friedrich Wilhelm Junge gegründete Theater Dresdner Brettel. Im Theatersaal an Bord ist im Parkett und im Rang Platz für 216 Zuschauer. In der Spielzeit 2014-2015 besuchten 45.122 Besucher die Veranstaltungen auf den Theaterkern. Dies bedeutete eine Auslastung von 74%. Intendant ist seit Anfang 2005 Detlef Rote. Einmal im Jahr findet das Musikfest auf dem Theaterkern an Bord statt. Mehrmals im Jahr gibt es den Theaterkern im Liederwann, Sons und Chansons am Freitag, eine Koproduktion mit MDR Figaro und Deutschlandfunk. An Bord befinden sich neben dem Theatersaal das Restaurant Canaletto mit 98 Plätzen und außerdem eine Bar mit 50 Plätzen. Eigentümerin des Theaterkerns ist die gemeinnützige Theaterkernstiftung. Der Liegeplatz des Schiffes befindet sich direkt unterhalb der Augustusbrücke. Theaterschiff Hamburg Beim Theaterschiff Hamburg handelt es sich um einen 1912 gebauten ehemaligen Besan-Ewa. Das 20,19 Meter lange Schiff mit dem Namen Semöwe war zunächst als Segelschiff gebaut und wurde 1923 mit einer ersten Hilfmaschine nachgerüstet. 1934 wurde eine Stärkemaschine eingebaut und die Besegelung bis auf eine Hilfsbesiegelung entfernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Schiff nach einem Bombentreffer im Hamburger Hafen sank, wurde das Schiff gehoben, repariert und auf 34,5 Meter Länge verlängert. Es kam als Küstenmotorschiff wieder in Fahrt. 1974 wurde das Schiff auf der Gaberswerft in Hamburg-Rotenburg-Sort zum Theaterschiff das Schiff umgebaut. Das Theater, das am 13. Oktober 1975 eröffnet wurde, bietet in dem umgebauten Ladeau mit kleiner Bar 120 Besuchern Platz. Gezeigt werden in erster Linie Theater, musikalisches, literarisches und politisches Kabarett und Gastspiele. Seit Oktober 1975 liegt das fahrtüchtige Schiff, mit dem auch Fahrten unternommen werden, so zum Beispiel zur Kehlerwoche, nach Helgoland und zu Häfen an der Elbe rund um Hamburg, im Nikolai-Flied in Hamburg. Theaterschiff Hamburg Das Hohe Luftschiff ist eine schwimmende Bühne des Theaters Zeppelin, das im Hamburger Bezirk Eimsbüttel ansässig ist und Theater für Kinder bietet sowie eine Theaterschule für Kinder betreibt. Bei dem Theaterschiff handelt sich dabei um einen ehemaligen Lastkahn, die Getreideschute FB 11. Das im Sommer 2004 eröffnete Hohe Luftschiff hat seinen Liegeplatz am Kaiser Friedrich-Ufer am Isebeck-Kanal. Theaterschiff Hamburg Das Theaterschiff am Mäuseturm war ein Theaterschiff in Hamburg. Bei dem Schiff handelte es sich um einen 1918 gebauten, 28 Meter langen und 8 Meter breiten Kahn, der vor dem Umbau zum Theaterschiff Anfang der 1990er Jahre als Fähranleger und Clubhaus eines Segelclubs an der Elbe diente. Nach dem Umbau bot das Theaterschiff das im Binnenhafen bei der Hohen Brücke lag, 80 Personen Platz. Das Theaterschiff sank am 14. Januar 2003, nachdem durch ein geplatztes Rohrwasser in das Schiff gelaufen war. Das Schiff, das am 7. Februar gehoben wurde, wurde später nach Moorburg geschleppt und dort abgewrackt. Theaterschiff Heilbronn Das Theaterschiff in Heilbronn gibt es seit Ende 1995. Bei dem Schiff handelt es sich um das ehemalige französische Binnenschiff Rhone-Barr, das ursprünglich verschrottet werden sollte. An Bord befinden sich 124 Plätze. 2003 wurde das Schiff mit einem Glasaufbau nachgerüstet, der als Foyer genutzt wird. Gezeigt werden bekannte Theaterproduktionen, teilweise auch Eigenproduktionen sowie Kleinkunst, Musik und Kabarett. Das Schiff hat seinen ständigen Liegeplatz an der Friedrich-Ebert-Brücke im Zentrum Heilbronn's Theaterschiff Lübeck. Beim Theaterschiff Lübeck handelt es sich um das 1956 gebaute ehemalige Binnenschiff Marie. Für die Verwendung als Theaterschiff wurde das 67 Meter lange und 7,05 Meter breite Schiff auf einer Stettiner Werft umgebaut. Der Ladeaum wurde dabei zu einem Theaterseil mit 156 Sitzplätzen und einem Foyer mit Gastronomie umgestaltet. Neben Theaterproduktionen findet regelmäßig die Reihe Jazz on Board statt. Das Schiff liegt seit Oktober 2006 in Lübeck. Es lag zunächst im Klughafen in der Nähe der Klughafenbrücke. Im Sommer 2007 wurde es an die Rosenhofbrücke am Prival in Trevemünde verlegt, wo es vom 6. Juli bis zum 2. September lag. Seit 2009 hat das Theaterschiff seinen ständigen Liegeplatz im Holstenhafen in der Nähe der Musik- und Kongresshalle Lübeck, Theaterschiff Potsdam. Das Theaterschiff Potsdam gibt es seit 1995. Bei dem Schiff handelt es sich um das 1924 gebaute ehemalige Binnenschiff Sturmvogel. Es ist 52 Meter lang und 6 Meter breit. Der Theatersaal bietet rund 90 Personen Platz. Neben dem Theater gibt es ein Restaurant an Bord. In den Sommermonaten wird auch das Oberdeck gastronomisch genutzt. Gezeigt werden eigene Theaterproduktionen und Kabarett. Weiterhin finden an Bord Tanzveranstaltungen und Konzerte sowie jeden Donnerstag live in der Bar eine Afterwork-Konzertreihe mit Musikern aus der Region statt. Der Liegeplatz des Theaterschiffes Potsdam befindet sich seit Februar 2013 am Erlebnisquartier Schiffbauer Gasse in Potsdam. Theaterschiff Saarbrücken Das Theaterschiff in Saarbrücken mit dem Namen Maria Helena ist eine 1911 in Straßburg gebaute Penisch. Das Schiff ist 39 Meter lang und 5 Meter breit. Es war zunächst unmotoriert und wurde mit Pferden getreidelt. Erst 1955 wurde es mit einem Motor nachgerüstet. Im Juni 2006 wurde das Schiff verkauft und anschließend auf der Virutiuswerft in Rilchingen-Hannweiler zum Theaterschiff umgebaut. Der Veranstaltungsraum an Bord bietet 120 Personen Platz. Das Schiff wird für Theater, Konzerte, Kino und Ausstellungen genutzt. Im Jahr 2008 wurde das Schiff im Rahmen der Initiative Deutschland Land der Ideen zum ausgewählten Ort 2008 gekürt. Das fahrbereite Schiff liegt am Ufer der Saar etwas unterhalb der alten Brücke. Es fährt aber auch in andere Städte an Saar und Mosel und besucht dabei auch Städte in Frankreich und Luxemburg. Theaterschiff Stralsund In Stralsund gab es von 2003 bis Ende 2010 ein Theaterschiff. Dabei handelte es sich um ein 1964 auf der Sieterswerft gebautes Küstenmotorschiff des Sieters-Typs 33, das zuletzt als Ursula B. eingesetzt war. Seit Oktober 2001 lag das Schiff in Stralsund auf. 2003 wurde es an das Theater Vorpommern verchartert, die es an der Außenseite der Ballastkiste im Stadthafen in Stralsund als schwimmende Bühne einsetzte, während die Zuschauer auf Tribünen auf der Kalle saßen. Aufgeführt wurden Open-Air-Veranstaltungen im Rahmen der Ostseefestspiele. Das Schiff wurde 2010 schließlich verkauft, nachdem die Ostseefestspiele in Stralsund ins Stralsunder Theaterhaus verlegt worden waren, und Anfang November in den Rostocker Fischereihafen geschleppt, wo es abgewragt wurde. Theaterschiff Stuttgart Beim Theaterschiff Stuttgart handelt es um das 1930 gebaute ehemalige Binnenschiff Frauenlob. Es ist 67 Meter lang und 8 Meter breit und verfügt über einen Theatersaal mit 160 Sitzplätzen in aufsteigenden Reihen, eine Bar sowie ein Sonnendeck mit Freiluftkaffee. Neben Theateraufführungen wird Kabarett und Kleinkunst gezeigt. Das Schiff, das 2007-2008 zum Theaterschiff umgebaut wurde, hat seinen Liegeplatz seit Juni 2008 im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt am Müllgrün. Es wurde am 1. August 2008 eröffnet. Auf dem Schiff sind auch standesamtliche Trauungen möglich. Theaterschiff Wedel Das Theaterschiff Batavia ist ein ehemaliges Flusskanonenboot. Das 1892 in Stettin für die Kaiserliche Marine als Vaterland gebaut und in Coingdau eingesetzt wurde. Im Zweiten Weltkrieg lag das Schiff in Hamburg und sank dort nach einem Bombentreffer. 1952 wurde das Schiff gehoben und 1974 schließlich zum Theaterschiff umgebaut. Es ist 29,8 Meter lang und 7,8 Meter breit. An Bord gibt es Theateraufführungen, Kabarett, Kleinkunst und Livemusik. Im Sommer wird darüber hinaus auch Freiluftkino am Schiff gezeigt. Der Theatersaal bietet rund 70 Personen Platz. Das Schiff liegt am Rand von Wedel am Bruxdam in der Wedeler Au.